Du wünschst dir eine Haut wie von der Sonne geküsst? Bei Selbstbräuner denkst du aber eher an fleckigen, unnatürlichen oder sogar Orangenteint? Dann wird es Zeit, dass du Ionic One ausprobierst. Das ist unser intelligente Hautpflegesprayer, mit dem du über Nacht den perfekten Sommerteint bekommst. Drei Minuten, am besten abends, reichen aus, um Ten auf dem gesamten Körper zu verteilen. Wenn du am nächsten Morgen aufwachst, kannst du dich bereits über einen natürlichen und gleichmäßigen Teint freuen. Durch unsere patentierte Magnetic Skin Technology musst du das Produkt nicht mehr mit der Hand auftragen. Ionic One lädt die Hautpflege ionisch auf und erzeugt eine Anziehungskraft zur Haut. So verteilt sich die federleichte Formulierung ganz automatisch und gleichmäßig auf deiner Haut. Damit erreichst du sogar die schwierigen Stellen wie den Rücken. Zusätzlich pflegen hochwertige vegane Inhaltsstoffe deine Haut samt dich weich und versorgen sie mit Feuchtigkeit. Die dermatologisch getestete Formulierung eignet sich für normale und trockene Haut. Probiere es am besten selbst aus.